hier heute ein neues workout für euch ihr habt das erste workout richtig gut angenommen und ihr wart auch fleißig ich musste vorhin erst die ganze tafel hinter mir sauber machen dementsprechend einige leute waren hier haben was gemacht finde ich einfach richtig toll und die anderen haben mir ein tolles feedback von zu hause ausgegeben also ich finde es einfach super toll von euch heute ein etwas ich würde sagen es ist ein bisschen schwerer das workout mit alternativen aber dazu wir machen wieder das fünf mal fünf heute nur mit ganz anderen übungen und zwar habe ich für euch fünf langhandel burpees ich weiß ihr habt keine langhandel aber die müssen uns auch einfach nur vorstellen das ist gar kein problem fünf gesprungene ausfallschritte wenn es nicht gesprungen geht dann einfach nur normale ausfallschritte dann fünf mal aufstehen wer das nicht kann oder nicht möchte kann auch klappmesser machen dann fünf kniebeuge hampelmann und entweder fünf mal handstandaufschwung oder fünf handstand liegestütze so und ich lege heute mal bisschen vor und danach seid ihr dran bis dann bis dann bis dann Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.